und wir können jetzt erst mal unseren weg fortführen das gar nicht mal so bad scheiße fast scharf los 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 ne schar vor allem sollten die larven die dinge die explodieren nicht eigentlich die schar ich eigentlich was hier ist nicht viel besser herrscher was denn noch alles feiner ja was sollen wir unternehmen wir brauchen verdammten haben eine morgen rüte Oder irgendwas in der Art. Komm mal weg da. Ja. Wenn ich die ollen Punkte das finden würde. Hey, du! Große! Hier! Ha! Kennst du mich noch? Jetzt wird's lustig, Wichser! Ich wieder in dein Scheißloch! Oh! Als ich lustig gesagt habe, haha, meinte ich lustig für den Coaltrain, Baby! Oh! Was so? Oh nein! Coal! Verlenden Minotaur, wir geben euch Weckung! Wow! No! Ohohoho! So leid, hörst du mich nicht los, Baby! Coal, was machst du da? Ich verschaffe euch etwas Zeit! Verschwinde da, Coal! Gute Idee! Oh, shit! Nein! Los! 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 Schnell auf! Schnell auf! Das Gaspedal ist am Anschlag! Schnell, da geh ich nicht! Als ob Coal jetzt tot ist, nie im Leben! Reicht schon, dass der tot ist? Die können nicht doch Coal nehmen! Ich glaube, das war's! Haben wir das Teil nicht gekillt? Gut, eigentlich eine berechtigte Frage, das Ding wurde eigentlich... Damn! War Coal? Deine Ahnung, James! Achtung! Wir sind noch mehr! Eigentlich haben wir den noch gegrillt! Ich weiß, wir sind fast da! Hier braucht man sich gar nicht anlegen, man! Äh, sie sind... Das ist eigentlich gar keine Chance! Also, die brauchen wir den haben in der Morgenröte eigentlich noch mal... Also, wir haben alle geschafft! Dann alle raus! Macht euch bereit! Oder... Delta, wir halten sie auf! Lasst sie nicht über die Mauer kommen! Da kommen sie! Ja! Und eine Leichtmassenbombe, so was? Oder die Leichtmassenrakete oder so? Keine Ahnung, irgendwie so was in der Richtung bräuchte eigentlich. Plus Delta, sie dürfen hier nicht... Nicht durchkommen! Ja doch, ich bin auch am Schießen, Alter! Ich muss auch mal irgendwann mal nachladen! Aber ein cooles Ende! Das scheint zumindest so das Ende! Wir haben... Der verloren! Wir haben... Hoffentlich Kohlen nicht verloren! Oh, ja! Das war knapp! Na gut, bleib hinter ihnen! paar Gibis... Ich hab was anderes für sie Delta! Spezial-Sieberung! Oh, cool! Was macht ihr da unten? Na los, es geht schon. War ich damit schießen? Bezieht Stellung an den Türmen und haltet die Sebastarde fern. Komm mal weg da. Jetzt gehört, Alter. Diese Scharen erledigen. Äh. Alter. Das könnte ein Problem werden. Weil wir sind zwar effektiv hiermit, aber wir müssen halt auch immer kühlen halt, ne? Ich hoffe mal, dass da auch ein zweiter drin ist. Wenn du sitzt, ja. Dann sitzt du auf jeden Fall weit ran. Dann geht es zu zweit. Das ist natürlich cool. Er könnte mal ein bisschen bündeln. Aber so können wir die Schar halt ein bisschen im Zaum halten. Willen wir hin, etwas. Nochmal abkühlen. Tot. Sehr schön. Schon wieder. Was zur Hölle ist das? Ach das? Oh nein, doch voll von unten. Was kommt runter? Vorsicht, Vorsicht. Ich störe sie zu. Auf die Zungen. Halte kann. Sobald sie nachlehnt. Sobald sie nachlehnt. Sobald sie nachlehnt. Und das ist wann? Nichts! 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 Scheiße! Scheiße! Ah, eh, 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 eh. Jawoll. Ich war nicht so viel aushalten, würden die Dinge, ne? Okay. Das ist natürlich jetzt bitter, dass wir dann einen verloren haben. Wenn die Dinger nicht so im Herz zappeln würden, dann würde man die auch treffen. So. Vor allem Musik mit Laude. Kann man den Schwarm überhaupt schon killen? Ja, kann man. Oh, darf ich damit jetzt ballen? Oh, ich darf damit schießen? Jawohl. Wer damit? Ja, 1, 2, 3, 4, 4 mal bestimmt. Das Ding hat Mandeln. Das stören Sie zum... Okay, das scheint wohl der Endboss zu sein. Vorsicht, die Zungen wieder! Ich denke mal, dass wir viermal schießen müssen, also jetzt noch dreimal. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt retten könnte. Ich denke schon. Lass mich los! Nee, okay. Äh, ich weiß nicht, ob man die wirklich retten kann. Äh, JD hat da überhaupt keinen Bock mehr. Der ist noch mit einem Traum beschäftigt. Das kann aber danach machen, nach dem Kampf. Äh, äh, ja. Äh, äh. Ja, äh. Ja. Ja. Ja, doch. Warte, ich muss ja immer nachladen. Ich hab so viel zum Nachladen. Ah, letzte Zunge. Okay, ich hab so dahin gehören. Nein, nein, nicht jetzt! In den Rachen! Schieß die Mandeln weg! Ist halt so ein bisschen wie der Fisch aus Teil 2, glaub ich, war das, ne? So, und tschüss! Hey, Arschloch! Das ist verletzt! Aber es lebt noch! Dann schießen wir, bis die Sache endlich vorbei ist! Fokussiert die Mandeln! Oha, das war knapp! Wie soll man denn? Wie soll man denn so die Mandeln fokussieren? Jetzt! Baird, wir schaffen es nicht! Hammer abfeuern! Sender hin oder her! Geht nicht! Ohne Zielkoordinaten bringe ich euch und die halbe Stadt um! Warte! Was? Jake, nein oder nein! Jake, was machst du? Baird, was ist da los? Das ist Jack! Er überträgt Senderkoordinaten und darum geht meine Schusssteuer um! Oh, du! Du schlauer kleiner Scheiße! Ja! Ja! Nice! Ja! 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 Musik 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 Das war GSWOB 5 Das war GS5 Wir sind durch, aber wir sehen uns Dann gleich wieder im Hauptmenü, ich lasse die Credits durchlaufen Falls da nochmal abkommt Möchte ich es halt natürlich ganz gerne einspielen Wir haben auf jeden Fall, ja 6 Minuten raus Dann sind wir aktuell bei 13.41 Uhr, ja Wirklich 8,5 Stunden, nochmal 2,5 Stunden Aufgenommen, 8,5 Stunden, bisschen über 8,5 Stunden glaube ich, sind wir Mit dem Game auf jeden Fall mega geil, aber wir sehen uns Dann gleich wieder im Hauptmenü, also bis gleich So, wir sind jetzt im Hauptmenü und abschließend Gibt es eigentlich nur eins zu sagen GSWOB 5 ist ein mega geiles Spiel Der Sound ist gut Dialoge sind gut Grafik ist bombastisch Story ist geil Und mit 8,5 Stunden Im normalen Kampagnen Modus Also ohne die ganzen Nebenmissionen zu machen Bietet GSWOB 5 Oder GS5 Auf jeden Fall Eine geballte Ladung Action Spannung Und auf jeden Fall Spaß Ebenfalls Man hat noch Nebenmissionen Die man machen kann Da ist man jenseits der 10 Vielleicht auch 15 Stunden Keine Ahnung Wie umfangreich die denn nachher noch sind Man hat einen Modus Man hat den Horde Modus Man hat den neuen Flucht Modus Man hat halt den Versus Modus Also den ganz normalen Multiplayer GSWOB 5 ist auf jeden Fall Eine mega geile Mischung aus Action Geiler Kampagne Sehr viel auf Koop ausgelegt Natürlich auch für den Multiplayer Und E-Sport Bereich Auch wieder gewappnet Auf jeden Fall Bleibt für mich Nur zu sagen Würdiger Nachfolger Von GS4 Beziehungsweise auch generell Den anderen ganzen GS of War teilen Nichtsdestotrotz Würde ich sagen Ich hoffe es hat euch gefallen Das war es mit mir Alle Wachen 1990 Und GS5 Mit einem echt klasse Game Wirklich ein Highlight Spiel Von diesem Jahr Und ich hoffe Auch euch hat dieses Spiel gefallen Ihr könnt es natürlich unten In die Kommentare reinschreiben Wie ihr das Game gefunden habt Und natürlich auch Ein bisschen Werbung machen Für mich Wenn ihr sagt Hey der Dude Macht wirklich geile Videos Auf jeden Fall Ich sag dir mal Haut es rein Bis zum nächsten Mal Denkt ans liken Kommentieren Abonnieren Und jetzt bin ich raus Haut es rein Bis zum nächsten Mal Und ciao Leute